Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zwar heute möchte ich euch etwas nur ganz kleines gesagt haben und zwar, ihr seid jetzt zum Beispiel bei diesem Video und ihr seht diesen Button da unten. Es ist ein falsches Profilbild und der Name ist auch komplett anders. Den möchte ich unbedingt ändern und ich habe keinen Plan wie. Ich habe gar keinen Plan wie es funktioniert, dieses Branding zu entfernen oder wie auch immer das heißt. Dazu brauche ich eure Hilfe. Schreibt es bitte in die Kommentare, ob man dieses Branding irgendwie entfernen kann. Bitte. Gut, dann wünsche ich euch was. Bis morgen oder bis zum nächsten Video. Ciao.